Hallo und Willkommen zum Überblick über die Robemap bzw. was gibt es Neues auf der Robert Space Industry Seite. Als erstes möchte ich auf die Robemap allgemein eingehen, nicht auf die spielmechanischen relevanten Sachen, die werde ich später in einem separaten Video nochmal aufgreifen, damit das Video nicht zu lang wird. Wie ihr seht, ich habe die Gameplay Kategorie geöffnet, weil die Lokalitäten betreffen nur einen kurzen Blick rein. Die Rest of Space Stations, wie gesagt, mehreres dazu nehme ich in einem separaten Video dazu auf, sondern es soll wirklich einen Überblick über die für mich relevanten Punkte der Robemap geben. Wie wir sehen, der Ship Perching Kiosk ist fertig. Er ist im Polishing, er ist noch nicht im Development, er hat mich etwas überrascht, muss ich zugestehen. Ich habe mit ihm nicht gerechnet gehabt, weil eigentlich der Hauptaugenmerk hier beim Black Market Economy war und beim Rental Shop, dass er drin ist und im Polishing Bereich soll mich nicht stören. Der Black Market Bereich steht immer noch bei 8 von 16 Aufgaben. Ich bin aber guter Dinge, weil man hat die Game Mechanik zum Lore System näher erläutert, jetzt am Freitag. Und dafür ist der Black Market Economy Bereich ein wichtiger Punkt. Ich hoffe, dass er auch zum Release dann drin sein wird. Der Hoover Mode ist fertig, das war klar. So viel war nicht mehr zu erledigen und wir haben schon ein erstes Video dazu gehabt gehabt. Die Weapon Attachments sind für mich jetzt nicht so relevant, dass ich sage, ich muss sie unbedingt fertig sehen, aber wir sind auf gutem Weg. Was mich ein bisschen beunruhigt, ist der Ship Rental Bereich. Es sind zwar nur 5 Tasks, die zu erfüllen sind, da ist gerade 1 von 5 fertig. Ich hoffe mal, dass das mit der Fertigstellung vom Perching Ship Kiosk dann auch die Entwicklung beschleunigt wird für den Ship Rental Bereich. Der Player Free Look ist fertig. Die Ragdoll Improvements sind fertig. Die Player Jumps sind fertig. Die Chips Degeneration Improvements sind fertig. Das erfreut mich unheimlich. Genauso wie die System Misfire. Ich freue mich schon zu sehen, wie sich das im Spiel bemerkbar macht. Und die Player Carry Bills in der Version 2 sind auch abgeschlossen. So wie das Transit System ist überarbeitet und drinnen. Das Lore System habe ich ja vorhin schon erwähnt. In der Version 1.0 steht kurz vor der Fertigstellung. Die näheren Punkte, die dazu kommen, werde ich in einem separaten Video erläutern. Weil wie gesagt, am Freitag gab es ein Interview in dem Bereich, wo ich auf ein paar Punkte näher eingehen möchte. Dieses Video soll hier nicht zu lang werden. Kommen wir zum Bereich Schiffe und Vehikel. Das ist ein sehr interessanter Bereich für die meisten Leute. Jetzt habe ich natürlich die falsche Kategorie offen. Wo ist mein 3.6? Entschuldigt bitte. Schiffe und Vehikel. Wie ihr seht, die Aegis Vanguard Vaughn steht bei 6 von 14. Die Kruger Intergalactic P72 steht von 11 von 17. Die Origin 890 Jump steht bei 86 von 131 Tasks und die Kruger steht bei 3 von 8 Tasks. Für die Leute, die es noch nicht bemerkt haben, die Banu Defender fehlt in der Liste. Sie ist leider in den 3.7 Patch reingerutscht. Das liegt daran, die Banu Defender ist das erste Schiff der Banu Reihe. Und die wollten jetzt das Schiff nicht unbedingt zum jetzigen Zeitpunkt ins Spiel implementieren. Weil es noch einige Spielmechaniken nicht ausgereift sind. Beziehungsweise einige Funktionen dann nicht zur Verfügung stehen würden. Was man leider auch in der Roadmap für die 3.6 erläutern sollte, ist die Origin 890 Jump wird nicht zum Release des Patches drin sein, sondern sie wird später nachgereicht. Weil der Aufgabenbereich doch umfangreicher ist bei der Größe des Schiffes, als dass sie jetzt auf die Schnelle noch fertig werden könnten. Den Waffen- und Itembereich überspringe ich immer gerne. Das sind nette Gimmicks für mich, sind aber relativ uninteressant im Endprinzip für mich, weil für mich sind die Cortex-Sachen wichtiger. Im Cortex-Bereich, wenn wir reingucken, der Client-to-Server-Actor-Network-Rework ist fertig. Bei den Distribution- und Ecosystem-Improvements sind wir bei 7 von 20. Mal schauen, ob sie es fertig bekommen. Beim Schild-System stehen sie bei 1 von 5. Was guter Dinge ist, dass sie vielleicht noch die 4 Tasks fertig bekommen, bevor der Patch angeht. Zum Schild-System gibt es auch noch einen netten Punkt, der in dem Interview am Freitag erwähnt wurde. Den möchte ich aber auch in dem separaten Video aufgreifen. Die Harvesting-Entity-Spawning ist fertig und bei Performance-Optimisation steht immer Schäuel drin, weil das ist ein Bereich, den sie immer ausarbeiten. Dann möchte ich das jetzt auch nicht allzu lang noch machen, was es an Neuheiten auf der Website gibt. Und zwar ist es im Bereich Shop. Wie wir sehen, die M50 ist reingekommen. Mit 108,29 Euro. Die gab es bis jetzt noch nicht im Shop. Dann ist die Anvil Aerospace Valkyria für die Subscriber reingekommen. Für diesen Monat. Für 406,09 Euro. Und was jetzt definitiv als Standalone Schiffe zur Verfügung steht, sind die 600 Varianten. Die Touring sowie die Exploration. Wir sehen, die Touring kostet 471,06 Euro. Genauso kostet die 514,38 Euro die Exploration Variation. Hier nochmal die Erwähnung. Ja, wir können die Schiffe über den Shop kaufen, wie man sieht. Aber bedenkt daran, dass das auch im Spiel selber möglich sein wird. Dass man die Schiffe auch dort kaufen kann. Wenn ihr jetzt nicht unbedingt so viel Geld investieren wollt, was ich unheimlich gut verstehen kann, lasst es. Wartet darauf, bis das Schiff im Spiel zur Verfügung steht. Wir haben jetzt schon im Patch 3.51 die Loadout Persistenz bekommen. Das heißt, wenn wir als Schiffe im Spiel variieren, sollen die nach dem Claim wieder auch genauso reinkommen, wie es der Fall ist. Wir haben zwar noch keine Persistenz, was den Kauf von In-Game Schiffen angeht. Aber wie auch im Interview am Freitag erwähnt. Das werde ich auch nochmal näher erläutern im separaten Video. Arbeiten sie hart daran, dass das auch der Fall sein wird. Das heißt, ich hoffe euch auch beim nächsten Video begrüßen zu können. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert meinen Channel. Lasst einen Daumen hoch, einen Kommentar unter dem Video und klickt die Glocke an. Zum nächsten Mal euer Ars Drag.